Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Sea of Thieves Update Video von mir. Ab heute, für die nächsten 14 Tage geht es los, das Fest der Gaben. Wie könnt ihr daran teilnehmen? Ganz einfach, verschenkt Schätze, Schädel oder was ihr auch sonst immer in der Sea of Thieves findet an andere. Diese müssen das Ganze dann nur noch verkaufen und ihr könnt euch über Skins und Titel freuen. Um alles freizuschalten, müsst ihr 50 eurer kostbaren Schätze an andere abgeben. Außerdem gibt es bei Larina wieder güldene Fahrten. Hier könnt ihr euch entscheiden, für welche Fraktion ihr eine Quest machen wollt. Wählt weise, denn nur eine Fahrt kann angenommen werden. Außerdem hat Larina eine kostenlose Eventflagge für euch. Viel Spaß auf der Sea of Thieves und bis zum nächsten Video.